Wenn Worte den Glauben zersetzen Gott sprach, kümmere dich nicht um mich, du hast andere Sorgen. Als ich damals aus der Kirche schlich, bin ich zum ersten Mal gestorben. Die Nacht brach über mir zusammen. Ich schlief auf der Stille ein. Jahrhunderte, Jahrtausende zerrannen. Er fuhr am Nil, im Starterstein, die Seel nach meinem Herz verlangen. Wie lange blieb ich dort? Vielleicht nur für Sekunden. Hab mich in Binsen und Gefilden rumgetrieben, Unzeit zu sehen, zeitlos zu gehen, ohne Stunden zu verstehen. Sah Wasserohren, Strohhalme, Schatten, Obelisken, Zeichen und das erste Wort. Merke dir, es kommt aus mir. Irgendwann bin ich gegangen. Gehen fiel mir selten schwer. Niemand brauchte zu verlangen. Geh, ich ertrage dich nicht mehr. Als ich wieder in der Kälte stand, fühlte ich mich drinnen. Was ich nirgendwo sonst fand, sah ich nun von innen. Geschwister, Mütter, Väter, verschwanden in der Unzeit unter mir. Das Zwillingspaar, Horus und Set, Opfer und Täter, zeitlos vereint im Menschentier, eingehegt im Löwen und im Stier, fanden Erinnerung in dir. Sah die Welt, Reliquien erzeugen. Nicht mit Besinnung fuhren Weltliche zur Seele. Wir schaffen das. Mit eitlem Leugnen gebar der Wunsch nur mehr Befehle. Sie verschacherten die Psyche Räubern, die von Monstern niederkauern. Nach der Schlacht der Frauensprüche und der Flüche, Jungfrauen fordern und bedauern. Dafür würden sie belohnt, mit 72 Jungfern, einem Jahr der Präzession. Falls hinieden, wie gewohnt, Köpfe rollen, Steine fliegen, Blut fließt und das nackte Grauen über ihnen thront. Eben dort, wo Gott sonst wohnt. Doch was soll man über andere sagen? Im Verzeihen sind wir groß geworden. Klein durch die Vielzahl unserer Sorgen. Wozu die Tante sagen hören, wir schaffen das Beklagen. Sie sprach ihren Meinheit aus, um damit Menschen zu beschwören, die, im Herzen unverdorben, von ihrer Meinheit in die Angst getrieben, Ungläubige geworden, sich selbst zerstören. Als Merkel Mohammed erschien, hielt er auch sie für einen Engel. Angela hieß damals viel. Sie denkt nun umgekehrt an seinen Schwengel und was daraus geworden wär, hätte der böse Bengel nicht nur ihren Kopf geschwängert, sondern sie so ungefähr zur vierten Frau gekürt und zur Kanzlerin erhoben, die schon damals ungerührt ihr eigenes Volk betrogen und belogen in den Unglauben geführt. Am Meinheit seiner Führung kann ein Volk seinen Glauben in die Wahrheit verlieren. Wenn es für diesen Meinheit aber auch noch einen anderen Glauben annehmen soll,